Yo, 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 mein lieben Leute, willkommen zurück hier bei Super Island Post, aber du bist genau und Wie ihr bestimmt schon gesehen habt, oder die meisten Sind wir hier in der letzten Folge bei der Factory, falls es die Factory ist, stehen geblieben Auf jeden Fall sind wir bei der Ortschaft Factory Und wir gehen jetzt weiter zum letzten Gebiet, falls wir das noch schaffen Da habe ich hier ein bisschen so einen Cut gemacht, so Von wegen, ja, schaffen wir das noch in der nächsten Das sieht aber gar nicht gut aus Ob wir das noch schaffen, in der nächsten Folge da hinzukommen, oder nicht Wird auf jeden Fall sehr schwer werden Wir haben hier alles für ein Auto Ich weiß nicht, Benzin, eine Batterie, einen Schraubenzieher Wir haben alles für ein Auto Ja, ja, halt aus Halt aus, mein Lieber Oh, was ist das? Oh, ist das eine Rifle? Oh Ist das eine AK? Das ist eine AK, ne? Oh, fuck Alter, renn um dein fucking Leben Wenn es hier überhaupt das wert ist gerade Oh, come on guys Vier Stück sind zu viele, Alter Das schafft er nicht Oh nein, das schafft er nicht Oh nein, das schafft er nicht Come on, dude Come on, dude Du schaffst das Come on Bitte Pauli Pauli Wir glauben an dich Mensch, Pauli Warte, was du für Sachen Oh, wie viele Wölfe sind das denn bitte? Wollte mich komplett ver- Was lag da auf dem Tisch? Was lag da auf dem Tisch, Mann? Ja, ja, ja Wir wissen, wissen wir, wissen wir Ich hab eine fucking AK Hallo? Oh Gott Wie hartnäckig sind diese Kackdinger Was ist mit denen verkehrt gelaufen bei der Geburt? Ohne Scheiß gerade Ja, oder würde ich sagen Wir spazieren ja gemütlich der Straße entlang weiter Und hoffen einfach mal, dass wir dann beim neuen Gebiet Chamarachabra, wie das heißt, da ankommen Ohne, dass uns irgendwie ein Bein oder so fehlt Würde mich sehr stark freuen An dieser Stelle mal Das ist der Mountain Everest Soll ich noch einen Blick zurück? Die sind immer Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das war's, Leute Das war's Oh Gott Wir haben keine Ausnahme Das war's Wir sind so am Arsch Ja, ja, ja Wissen wir Wenn jetzt nicht das neue Gebiet kommt, sie wird tot Sorry, aber das war's, Leute Oh, oh Come on, Junge Renn doch ein bisschen schneller Was ist denn mit dir los? Renn zu einer Der verfolgt wird, oder was? Kannst zurückbleiben, Lützi Dir geht's gut Dir geht's gut Du brauchst keine Hilfe im Support Nee, nee Renn einfach weiter Diese verdammte Kackstraße Das ist ein Tower Das ist ein Tower Oh, guck bitte, renn, Alter Ich will nicht sterben Ich will auch gar nicht mehr zurückgucken Ich renne einfach nur noch, ja Oh, da ist noch ein Bär Fuck Wir müssen ein bisschen abdriften Aber da könnte auch schon das neue Gebiet sein Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten Renn einfach jetzt Wir können hier auch nirgends hochklettern, ne? Ob ich mich mal umdrehen Ob ich mich mal umdrehen soll? Ich hab so Schiss Ja, ja Halt die Backen, du Cut-Bär Oh, da ist irgendwas Cooles Ist das vielleicht die Factory? Ich glaub, das ist eher die Factory da vorne, ne? Und nicht das Pille-Pille-Palle-Dings da hinten Wo wir gerade in der letzten Folge waren Nee, nee Nee, nee Aber ich sieh's kaum Wir sterben jeden Moment Ich glaub, die sind alle noch dicht an der Backe dran Scheiß, Alter Das geht gar nicht klar gerade Come on, dude Du hast es bald geschafft Bitte Es gibt dir doch ein bisschen Mühe Oh, es kommen da noch mehr Wölfe, ey Was ist hier los? Oh Gott, da ist schon wieder so ein Kackwolf Oh, noch ein Bär, noch ein Bär, noch ein Bär Oh, fuck Das war's Das war's Oder geradeaus ist, glaub Warte mal Links ist zwar die Factory Aber geradeaus ist, glaub Diese Ja, warte Das neue Gebiet Oh, Gott It is real It is fucking real Please Please don't do this, man Oh, fuck Come on, dude Come on, dude Du schaffst das, Alter Oh, mein Gott Ich fieber schon ganz mit ihm Ich schwitze schon, Mann Geh jetzt da rein Alter, come on, come on Come on, come on Oh, was ist hier los? Alter Alter Alter, was noch geboren ist Oh Damn it, cold Okay 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 Sieht bisschen wie Weiß ich nicht Sieht bisschen wie Die Ende von der Map Von der Sea aus Weißt du? Das Mapende So ein bisschen Aber ey Ich meine, da vorne ist das Dorf Was wir jetzt hier Suchen Oder suchen wollten Wir haben es geschafft Wir sind einmal von da Bis ganz nach da gekommen Ohne zu verrecken Ich glaube, das ist schon mal Ähm Da kann man schon mal sagen Das Hashtag LuciatSkill Oder was Das ist schon Das ist schon hart so, ne Da kann Da kannst du echt Nichts mehr meckern, ey So, ich werde natürlich Irgendwann zurückgehen Falls wir es überleben Und die Factory Genauer angucken Aber ich gehe ehrlich gesagt Jetzt nicht wieder zurück Zu den 20 Bären Und 20 Wölfen Die da auf uns warten Über der Grenze Da habe ich ehrlich gesagt Keinen Bock Auf jeden Fall habe ich es geschafft Mein Ziel ist erreicht Sind wir schwer verletzt Ja, wir sterben sowieso gleich Mein Ziel ist erreicht Wir haben es geschafft Zur letzten Stadt zu kommen Zum letzten Dorf Und somit Habe ich einfach Jedes fucking Dorf gesehen Und kann Oh mein Fucking Gott Drei Stück auf einmal, ne Ach so Ach so Sieben Stück auf einmal Jo Wenn man sonst nichts zu tun hat Kann man das hier natürlich Los schicken, ne Oh shit Das war's, Alter Das sehe ich ehrlich gesagt Keinen Ausweg mehr Jo Da habe ich eh keinen Ausweg mehr gesehen Habt ihr das gesehen Wie viele fucking Wölfe da waren Was ist das denn für eine Scheiße Ich glaube sie wenigstens Spieler, ne Oh Unser ganzer Stuff Oh nein Oh nein Ich hasse diesen Fuckbug, Alter Das gibt's nicht Oh Gott Was ist das für eine Scheiße Na die backen jetzt, ey Hallo Man kann's doch übertreiben, ey Ist viel zu laut Ja Oh Schön Sind wir wieder da Wo ich denke Wo wir sind Warte mal Da ist Das sind Schilder bestimmt Können wir ja gucken Wo wir sind, ne Achso, ne Das ist nur eine Bushaltestelle Ich dachte, das wäre so eine Grenze wieder Oh, Alter Dieser Bug, ne Das ist der schlimmste Bug Den es gibt In diesem Fuckgame, ey So übertrieben laut So sinnlos auch Was ist das? Lol, ne Flasche Das sehe ich zum ersten Mal gerade Oh Aber ich glaube Wir sind noch da, ne Tja Unser Stuff liegt da jetzt zwar Bei 20.000 Wölfen rum Aber Was willst du machen, ne Eine Baut Ja Eine Batterie GG, Alter GG Und wir sind am Arsch der Welt Jetzt Ohne Equip Hm Aber gut Ich lass mich mal überraschen Hm Vielleicht wenn ich Glück habe Könnte ich die Axt Axt nehmen Und die einfach alle töten Dann bin ich halt ein bisschen verletzt Oder so Aber könnt dann natürlich weiterspielen Und weiter gucken Wäre eine Option Die man einschlagen könnte Sowas ist wie Das sind hier zwei Wege Okay Ich ahne Böses Ich glaube wir sind nicht da Wo wir waren Wir sind ganz woanders Und ich will gar nicht wissen Wo wir jetzt hier rauskommen Da oben Das Gebäude Komm mir sehr bekannt vor Wobei Nein So weit oben gelegen Vielleicht Hier war ich auch noch nie Was ist denn das hier Lol Was ist denn das hier für ein Ort What the fuck Es gibt also doch noch mehr zu entdecken Als das auf der Also Ist das markiert auf der Karte Oder wie Ja Hammer nice Würde ich sagen Gut Ich war hier echt noch nie Ich guck mir das mal an Was man hier alles entdeckt In diesem Game Unfassbar Das einzige was man hier nicht findet Sind fucking Waffen Mit fucking Munition Was mich jedes Mal ankotzt Weißt du Da hat man eine AK Ist das das Sumpfgebiet Nein Da hat man eine AK Da findet man keine Mun Oh nein Schon wieder Das gibt's doch nicht Kann man in diesem Spiel Denn nicht einfach mal In seine fucking Ruhe Haben Vor allem jetzt kannst du auch Wieder nichts machen Weil du keine What the fuck Weil du keine Waffe hast Ne Jo Jungs Jungs Alles klar Alles klar Alles klar Jo Hit mich durch den Boden Alles klar Tja Alter Acht Stück oder so Sind das Kann man nicht rein GG Die Sackgasse Ja Hahaha Lol Ja Als ob oder was Alter Das ist nicht euer Fuck ernst Oh geil Ein Rifle Oh geil Ein Helm Oh geil Äh Munition Nein Nein Was ist das Was ist das Was ist das Alter Was ist das für eine geile Waffe Alter Machen wir Nice Alter Wie laut die auch sind Gar nicht übertrieben Geh doch da hoch Was ist denn los mit dir Jo Alter Wie übertrieben Einfach Jo 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 Keine Chance gehabt Alter What the hell Das ist jetzt ein spielbares Spiel Oder was Ne da kommt wieder diese Bug Alter Ich raste aus Okay Es ist wenigstens ruhig Hä Ich habe doch keine Chance Was zu machen Wenn dieses 20.000 Wölfe Auf dir rumhocken Ey Ein Wolf Okay Zwei Kannste machen Drei In Ordnung Vier Wahrscheinlich Nicht in Ordnung Aber acht Neun Stück Oder was Als Newbie Als Bambi Ernsthaft Ernsthaft Spiel Willst du mich Willst du mich Flaxen Willst du mich ein bisschen Irrraschen Oder was Ohne Witz Ne Das ist Weiß ich nicht Also Ich hoffe ich spawn woanders Obwohl Die Waffe Echt geil war Ohne Munition Aber Man kann nicht alles haben Ne Außer 10 Wölfe An der Backe Natürlich Die Instant One Hat machen Aber hey Jetzt spawn ich wahrscheinlich Da wieder Ne Ah warte mal Das ist dieses Ah warte 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 Hä Ne Warte Doch War War nicht War nicht Hä Bin die Okay ganz ruhig bleiben Jetzt Wo bin denn ich Jetzt hier gelandet Wieder Das ist mir jetzt Auch vollkommen neu Vor allem dass es hier so ein Gebäude gibt Krass alter Also was man hier entdecken kann Ist echt schon wieder faszinierend Hier war ich auch noch nie Wahrscheinlich kann sich der eine oder andere Experte mal Sich in den Kommentaren melden wo ich bin Was das die für Ortschaft Das ist Oh jetzt fickt doch die Henne ey Das ist unfassbar Was ist denn Kommt doch wenn ihr was wollt ey Meine Fresse Muss ich auf den Balkon gehen hier oder wat Das ist gar kein Balkon Mann 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 ey Ist ja nicht mehr normal Überlebenschance 0 Ja es sind Alter guck wo viele Es ist so übertrieben Es ist so übertrieben einfach Ja mir fehlen grad bisschen die Worte Leute Weiß ich nicht Bisschen Bisschen Weiß ich nicht Soll ich sagen schockiert Ich bin hier in einem Irrenhaus gelandet Ohne Wapper Ohne Weapon Can you give me a weapon No Okay I need just one weapon please No Okay Oh cool das kann man auch öffnen Das ist schon mal gut Das ist zwar keine Waffe Das ist schon mal auch gut Das ist zwar auch keine Waffe Aber hey Na was erwarte ich eigentlich In so kleinen In so kleinen Schubladen Eine Axt oder was So ich geh mal hinten raus Ja hör 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 Hat hinten gesagt Ja Äh und Umgeh die mal Oh was ist das denn da schön Vielleicht findet man ja da was Schönes Was man äh mitnehmen kann Was meint ihr Leute So Ich seh schon wieder Es ist wieder genug für Survival In dieser Aufnahmesession Ich war auf ihn in der Woche Pause wahrscheinlich Ja Das Game musst du halt echt Mit mehreren Leuten spielen Du verreckst einfach Das ist halt echt keine Chance Und so Basen bauen wir auch mal Eine geile Idee ne Ich weiß nur nicht wie das geht Also falls jemand hier Experte ist Wie man Irgendwas baut Was ist denn das da Schreibt es doch mal In die Kommentare Das ist glaube ich ein Grabstein Ja Schreibt es doch mal In die Kommentare Kann ich mir das bestimmt merken Hä Er kann sich was merken Er ist voll klug Ey Ich versuche jetzt hier noch kurz zu looten Und dann würde ich sagen Ja So viel dazu Du kleiner Ist doch ohne Scheiß Du kleiner Ficker Es ist einfach mal raus Du bist ein kleiner Ficker So Das musste jetzt raus einfach Konnte ich jetzt nicht mehr unterdrücken Ah Der Drops ist jetzt gelutscht Er saß zu ihm Oder was Oh das ist ein Heli Das ist ein Heli Mensch Wo bin ich hier überhaupt Ich war hier noch nie Es gibt so viele Orte Die wahrscheinlich nicht auf der Karte Eingezeichnet sind Die man entdecken kann So ich hoffe die Wölfe Kommen hier nicht hoch Sonst wäre das ein bisschen Eine kluge KI Ich meine die können auch durch Türen gehen Kann man damit fliegen? Nein oder? Doch Damit kann man doch nie Willst du mich verarschen? Ne Damit kann man niemals fliegen Alter Ne Damit könnte man also fliegen Theoretisch Ja Die Frage ist nur Wie machen wir das Ganze am besten? Wahrscheinlich braucht er erstmal Was braucht denn der erstmal? Ja wir haben nix Oh krass Ey Oh ne Witz ne Das wäre echt so prämend Wenn der jetzt starten würde Da ranzoomen kann man auch Das wusste er Das wusste er noch gar nicht Guck mal wie geil das aussieht ja Muss ja gleich mal Ein Screenshot ja klauen Ne Mensch Mensch Ja weiß ich nicht Äh Wenn wer weiß wie man damit fliegt Ne Oh guck mal wie viele fucking Schilder da sind Ey Ey ich will gar nicht wissen wo wir sind Ganz ehrlich Wir sind hier wahrscheinlich am A Der 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 Zivilisation Jo Wie sie da warten Ne Ja genau Trif mich durchs Geländer Ey Es ist so low Ne Die Wölfe Es ist so low einfach Kommt mir bekannt vor mir zu Zombies aus ähnlichen Spielen Na gut da hat sich wenigstens ein bisschen gebessert jetzt So Schwuppdiwupp Oh Wolfilein Oh Wolfilein Folgst du mir etwa immer noch Ich dreh schon wieder durch langsam Ich müsste mal langsam wieder die Aufnahmen beenden Sonst äh Kannst du mich heute echt vergessen glaub Weil dann ist echt äh Dann ist echt vorbei Dann ist echt vorbei Oh yeah Es ist vorbei Tja mal gucken was man dann Cool In der nächsten Folge noch machen kann Einfach normal weiter wahrscheinlich Mal gucken Auf jeden Fall haben wir jetzt wenigstens eine Waffe ohne Munition Und ich würde sagen Danke fürs Vorbeischauen Und äh Ja ne Wir schreiben uns in den Kommentaren Und sehen uns Oder hören uns beim nächsten Video auf jeden Fall Und darum sage ich mal Tschüss und bis dahin Euer Luzi Macht's gut Haut rein Und tschau